hallo und herzlich willkommen zu crypto news heute ein update zu bitcoin ich hatte mein letztes update ja vor zwei tagen hochgeladen da hieß es die entscheidung kommt entweder mittwoch oder donnerstag gestern kam das gerücht auf dass die entscheidung doch nicht gefällt wird und dass die sdc ja irgendwie die genehmigung des etfs doch nicht durchwinken wird und daraufhin stürzte der markt mehr oder weniger ab komplette crypto markt gestern hier seht ihr es ging richtig nach unten volatilität beziehungsweise das handelsvolumen ging nach oben und da haben wohl einige auch gewinne mitgenommen und der bitcoin ist runter gegangen bis auf knapp 42.000 us dollar hier seht ihr das und das ging beim ganzen markt so hier seht überall hier diesen ja diesen dip nach unten kann man sagen und heute kam auf einmal die meldung von fox dass eventuell morgen bereits der etf genehmigt wird beziehungsweise die emittenten am morgen freitag ja die genehmigung mitgeteilt bekommen damit dann am montag der etf dann an start gehen kann das berichtete heute fox business und die haben wohl irgendwelche ja internen quellen die das sagen dass die börsenaufsicht mit vertretern von wertpapierbörsen sich getroffen haben um details zu besprechen damit quasi ab montag dann der etf an den start gehen kann ich bin gespannt also am morgigen freitag eventuell soll hier die zulassung ja soll die emittenten über die zulassung benachrichtigt werden und das könnte dann wieder hier für ein kursfeuerwerk sorgen momentan alles wieder in lauer stellung muss man sagen wie gesagt der gesamte markt wieder sich wieder auf die situation von vorgestern eingestellt wo der kurs noch ja hier 43.379 vorgestern war er auch so bei 43.500 so darum das heißt wir sind hier beim bitcoin wieder auf dem alten stand eigentlich wir waren kurzfristig ja über 45.000 da habe ich euch ja gesagt wenn wir die 45.000 nachhaltig knacken da kann es noch weiter nach oben gehen aber nicht geschafft die 25 45.000 nachhaltig zu knacken weil halt gestern diese meldung dieses gerücht rauskam dass die sec ja den etf doch nicht genehmigt und und heute wieder die andere richtung da geht es wieder hoch ihr seht die volatilität hier am kryptomarkt ist nichts für schwache nerven das heißt hier kann man wirklich nur investieren wenn man wirklich starke nerven hat genug geld auch hat muss man sagen weil hier kann natürlich von einem auf den anderen tag kann man mit riesen verlusten auch rechnen und man kann natürlich auch riesen gewinne machen von daher ist das halt im prinzip ein markt der nur für menschen mit guten nerven und guten geldbeutel eigentlich gedacht ist mehr oder weniger oder man geht halt in kleinere werte rein in wirklich die halt eventuell ja explodieren könnten dann geht natürlich das risiko auch ein dass die durch die marktkapitalisierung dann irgendwann mal im nirvana verschwinden weil die marktkapitalisierung so gering ist aber es kann natürlich auch passieren gerade bei bei mim coins dass die natürlich auch explodieren dann hat man wenig einsatz und es kann dann richtig nachhaltig nach oben gehen also ich denke mal man muss auf jeden fall gute nerven haben und auch wirklich nur geld einsetzen was man nicht benötigt wo man sagen kann okay da kann ich darauf verzichten das ist geld wo ich mit spielen kann und dann kann man hier reingehen und kann partizipieren von ja von steigenden kursen und wenn fallen kursen kommen dann dürfte ein das ja nicht tangieren nur geld eingesetzt hat was man nicht benötigt also sieht es momentan aus auf dem kryptomarkt wie gesagt alle lauerstellung auf morgen oder vielleicht auch schon heute wer weiß wir schauen uns den kurs gerade mal an wir sind momentan bei 43 45000 also heute ein plus von 147 prozent ihr seht hier gestern dieser absturz wir waren teilweise an der 50 tage linie sind hier durchgebrochen und jetzt haben wir uns wieder erholt sind wieder über der 10 und 20 tage linie was sehr sehr erfreulich ist muss ich sagen gestern habe ich auch kurz mal gedacht oh jetzt ist vielleicht was rausgekommen bezüglich etf dass er doch nicht kommt und haben mir schon gedacht da geht er wieder runter auf 39.000 habe ich so geschätzt so ungefähr weil da wieder liquidität vorhanden ist aber es ist nicht weit gekommen wir waren hier irgendwo bei ja 41 42.000 wo wir dann gestoppt haben und dann ging es wieder nach oben und ihr seht hier schön diesen anstieg wo wir über 45.000 waren wo es dann hieß okay morgen oder übermorgen kommt die genehmigung zum etf morgen übermorgen wäre dann gestern und heute gewesen und jetzt spricht man von freitag also von morgen es heißt immer morgen 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 irgendwann wird er kommen beziehungsweise irgendwann wird die entscheidung der SEC fallen ob er kommt oder nicht kommt ich rechne damit dass er kommt natürlich keine handlungsempfehlung von mir aber ich denke da sind zu große mächte dran jetzt schon eine blackrock was die an vermögen verwalten ich glaube da ist so viel geld dahinter dass die SEC sich da nicht verweigern kann und die SEC wird da sicherlich auch daran verdienen von daher gehe ich davon aus dass hier der etf kommt natürlich keine handlungsempfehlung von mir aber ob morgen die genehmigung kommt und dass er am montag an start geht oder vielleicht erst am montag dienstag kommt dass er am mittwoch an start geht spätestens am 10 januar wissen wir mehr und vielleicht ja ist ja schon morgen mal schauen gut das war es jetzt von meiner seite aus bezüglich bitcoin bezüglich des updates für bitcoin würde mich freuen auf jeden fall wenn ihr kanal abonnieren wird die glocke der leute damit ihr gepasst von bitcoin von anderen kryptos und auch aktien ansonsten lasst euch gut gehen und wir hören uns wieder tschüss